In dieser Folge und unserem Teil 2 unseres Mallorca Besuches geht es von Palma, wo wir in einem Mariner Shop den besten Anker testen, nach El Arenal und wieder zurück in die Buchten im Westen von Palma. Bevor es für uns weiter nach Ibiza geht. Das sind wir und das ist die Viking. Wir segeln mit unserer Hyperkrasse 352 in die Welt. Ich bin Sophia und das ist mein Mann Maik. Hey! Mit uns auf der Reise ist auch unser Sohn Henry. Wenn ihr auch mit dabei sein wollt, abonniert unseren Kanal, werdet Teil der Crew und kommt mit auf unsere Abenteuer. Folgt uns auf unserer Reise um die Welt. Guten Morgen aus Palma de Mallorca. Wir nutzen auch mal die Gelegenheit hier in der Marina, bevor es für uns weiter geht und füllen einige Waschmaschinen. Alles sauber? Ja. Anschließend geht es für uns in den nebenangelegenen Marina Shop. Das ist witzig. Wir haben hier so ein Sandkasten mit Anker-Modellen. Das ist zum Beispiel unser bei mir. Der buchte Anker. Früher wurde der noch hochgelobt, dass es der besthaltendsten Anker ist. Aber wenn er realistisch fällt, fällt er irgendwie so. Manchmal ist es meistens wieder irgendwie auch so. Wenn man den nicht eingräbt und selber eingraben tut, der sich nicht wirklich. Der zieht sich dann einfach nur hinterher. Ja, man muss halt wirklich runter kaufen und richtig eingraben. Und dann... Beutel sich aber irgendwann rein. Kann sich auch mal schnell wieder ausgraben. Das wäre jetzt ein bisschen besser. Der Bügelanker, ne? Bügelanker oder... Ja, der hier vorne ist auf jeden Fall der Beste. Die Spitzenklasse, der geht auch nicht mehr raus. Auch bei Seegras wäre der wahrscheinlich gut. Aber von den Kosten her liegt, glaube ich, der hier vorne. Auch bei 16 Kilo bei 1300. Aber irgendwann zieht sich das auch raus. Das ist die Frage, ob wir nicht mal einen anderen bräuchten. Aber zur Zeit lässt das Budget leider nicht zu. Das ist so teuer. Geilster Anker ever. Aber unbezahlbar. Bügelanker. Wäre so die Alternative. Das ist genau. Ein Stück besser. Wenn man sich einen neuen kauft, dann eigentlich auch gleich ein Bescheid. Dafür, dass du so viel Angst haben, solltest du eigentlich auch ein Setzer nicht. Das wäre doch mal was für unser Schiff, hm? Das wäre doch mal was für unser Schiff, hm? Wie kann man das machen? Wie kann man das machen? Wir hätten auch ein Ding hier bekommen. Wir verlassen die Marina von Palma. Auf geht's. Ich bin ein Ding mal. Ich bin ein Ding. Und wir sehen uns nicht wieder. Ich bin ein Ding mal. Jedoch auf war. Ich bin ein Ding mal. Ich bin ein Ding. Wir sind jetzt gerade aus dem Hafen rausgefahren und fahren jetzt Richtung El Arenal zurück und anckern dann nochmal eine Nacht und schauen uns da nochmal ein bisschen was an. Ich zeige dir ein neues Hemd. Schick, du hast so einen Geburtstag bekommen von mir. Ja, in Palma scheint gerade eine Regatta zu sein, deswegen war auf dem Hafen richtig voll. Wie man hier kann man sehen, die ganzen Broten mit den schwarzen Regeln. Jetzt passt. Wie stärker die Welle und die Schräglage, desto besser schlägt der Tempel. Kurz davor zu schlafen. Eigentlich war unser Plan vor El Arenal nochmal zu ankern und dem grün berüchtigten Partyort einen Besuch abzustatten. Allerdings ging das Ufer mit dem Strand viel zu flach zu und die Entfernung, die wir mit unserem Dinghy hätten zurücklegen müssen, war uns einfach zu weit. Zumal zu der Jahreszeit dort eh nicht mehr viel los war und wir mit Henry außerdem auch recht eingeschränkt sind, was die Aktivität angeht, die man dort so betreiben kann. Ja, die Marina dort war auch voll und außerdem unverschämt teuer für die Zeit außerhalb der Saison. Somit war es für uns ein kleiner Segelturm bei tollem Wind und Wetter und es geht nun weiter zurück zu einer guten Ankerbucht nahe dem Ort Bendidad im Osten von Palma. Spannende Musik Hier genießen wir noch ein bisschen die letzten Sonnenstrahlen des Tages, da es so langsam in den Nächten auch schon wieder ein bisschen kälter wird. Am nächsten Tag legen wir uns in die gegenüberliegende Bucht vor Anker. Um vor unserer Überfahrt nach Ibiza noch ein bisschen was einzukaufen, da wir in Palma in der Nähe der Marina keinen größeren Supermarkt gefunden hatten. Sich hier aber ein großer Aldi befand mit den gewohnten günstigen deutschen Lebensmittelpreisen. Generell sind in Spanien im Gegensatz zu Frankreich, Monaco und Italien die Preise in Supermärkten auf deutschem günstigen Preisniveau. Was ist hier passiert? Wir sind jetzt unterwegs, um mal wieder einkaufen zu gehen. Die Vorräte auffrischen, wir sind so ein bisschen ausgewandt gerade. Auch ein Friseurbesuch war mal dringend wieder notwendig. Das ist wahrscheinlich das verrückteste Hotel auf Mallorca. Nach unserem Einkauf gab es mal wieder Burger, diesmal aber selbst gemacht mit mageren Bio-Rinder-Tartar. Danach genossen wir noch ein wenig die Abendstunden hier in der Bucht. Bevor es dann am nächsten Morgen nach Ibiza zur westlichsten und kleinsten, aber bei weitem nicht weniger schönen Baleareninsel ging. Mit vollen 2,3 Knurken geht es jetzt hier nach Ibiza. Mäßig im Raumwind. Und schmeckt der? Sehr englisch. Drei, kurzpruch! Mäßig im Raummer. Mäßig Mäßig? Wir haben unsere Geschwindigkeit jetzt gesteigert, machen jetzt vier fast fünf Knoten und Ibiza da vorne ist jetzt auch schon langsam hier in Sichtweite. Hier auf dem Navi machen wir sogar 5,5 Knoten an die 6 Knoten und wie man sieht haben wir die Hälfte der Strecke jetzt hinter uns und wir brauchen jetzt nur noch durchschnittlich, wenn es so weiter geht, vier Stunden und 20 Minuten. Bis zum nächsten Mal.